Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkessel Küche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Gaumenfreuden des indischen Subkontinents. Denn wir machen heute Hähnchen Tika Masala und wie das geht das verrate ich euch jetzt. 500 Gramm Hähnchenbrustfilet habe ich schon mal vorbereitet und in mundgerechte Stücke geschnitten. Beim Schneiden ist uns aufgefallen, dass mundgerecht ja auch eine sehr vage Aussage ist, weil ich habe definitiv die größere Klappe. Aber gut ihr wisst in etwa was damit gemeint ist. Das ganze kommt hier in den Varoma. Ebenfalls habe ich zwei rote Zwiebeln in Spalten geschnitten und auch die kommen in den Varoma. In unseren Mixtopf kommen nun eine Schote roter Chili. Die habe ich entkernt schon mal gespalten. Ich fasse die jetzt auch nicht mehr an, weil ich kenne mich. Anschließend juckt es mich tierisch im Auge und alles ist vorbei. Dann habe ich ein Stück Ingwer, das habe ich Walnuss groß ist es, geschält und eine Knoblauchzehe. Das ganze wird fünf Sekunden auf Stufe 5 in unserem Mixtopf zerkleinert. Wir schieben das ganze mit dem Spatel nach unten und hängen unser Garkörbchen ein. In das Garkörbchen kommen jetzt 200 Gramm Reis. Ihr könnt Parboiled Reis nehmen, Langkorn Reis, ihr könnt aber auch wie wir jetzt Naturreis nehmen. Auf den Reis kommen jetzt 1 Esslöffel von unserem Suppengrundstock. Ihr könnt da auch Gemüsegrühpulver drüber machen und wir gießen einen Liter Wasser darüber. Ich mache das auch immer so, dass ich das einmal so 10 Sekunden, 10 Sekunden, also ein paar Sekunden auf Stufe 10 einfach noch mal laufen lasse, damit der Reis gut nass geworden ist. Wir setzen den Varoma auf und lassen das ganze jetzt 22 Minuten in der Varoma Stufe dampf garen. Unser Hähnchen, Zwiebeln, Reis sind soweit durch aber wir müssen uns jetzt natürlich noch um die Soße kümmern und deswegen stellen wir jetzt das ganze ja erstmal in einer Schüssel separat warm. Also einmal das Hähnchen, ich mache das immer in den Backofen, der ist gut isoliert und natürlich auch den Reis. Das mache ich jetzt einfach hier im Garkörbchen. Von der Garflüssigkeit heben wir 350 Gramm auf, den Rest entsorgen wir. Die 350 Milliliter Garflüssigkeit geben wir zurück in den Mixtopf und nun kommen die Gewürze für die Soße und wie ihr das natürlich beim indischen Essen schon vermutet, es sind echt jede Menge verschiedene Gewürze. Als das da wären, 1 halber Teelöffel Kreuzkümmel, 1 Teelöffel granulierter Knoblauch, 1 Teelöffel granulierter Zwiebeln, dann habe ich hier Koriander, der ist gemahlen, davon 1 Viertel Teelöffel. Pfeffer kommt ebenfalls rein, auch 1 Viertel Teelöffel, das mache ich jetzt nach Augenmaß. Das ist Paprika rosenscharf, auch davon 1 Viertel Teelöffel in unsere Soße. Dann das Currypulver, das ist ja auch eine Würzmischung, auch davon 1 Viertel Teelöffel. Eine ganz kleine Prise Zimt kommt noch hinein und dann habe ich hier noch Garam Masala, das ist eine Gewürzmischung, auch mit Kardamom, davon ebenfalls 1 halber Teelöffel. Salz kommt ebenfalls hinzu und zwar ein ganzer Teelöffel. Senf, 1 halber Teelöffel, mache ich auch nach Augenmaß. Und zu guter Letzt noch 60 Gramm Tomatenmark. Was wir noch in unsere Soße machen müssen, das habe ich jetzt fast vergessen, ist eine Speisestärke gemischt. Ich habe jetzt 2 Teelöffel Speisestärke mit 2 Esslöffeln laubarmem Wasser angemischt. Das kommt natürlich auch noch hier rein. Und nun wird das Ganze erwärmt und vor allen Dingen auch vermischt und zwar 3 Minuten lang, 80 Grad auf Stufe 3 und dann sind wir eigentlich fast schon fertig. Bis gleich. In unsere Soße machen wir jetzt nur noch das Hähnchen und die Zwiebelspalten und mischen das Ganze jetzt nochmal bei 80 Grad im Linkslauf Stufe 1, 3 Minuten lang. Und damit ist unser Chicken Tikka Masala fertig. Ich habe jetzt schon mal von dem Reis hier auf den Teller getan. Und da serviert ihr das. Oh, das riecht echt gut. Einfach dazu. Ich mache da jetzt noch ein wenig von dem Sößchen über den Reis. Und bevor ich das jetzt esse, machen wir erstmal ein Foto, das ich euch gleich einblenden kann, damit ihr auch seht, wie es in Großaufnahme aussieht. Und wenn das wirklich so gut schmeckt, wie es riecht, dann wird das glaube ich eins meiner neuen Leibgerichte. Das riecht wirklich fantastisch. Das ist echt gut. Die Soße wirklich wie beim Inder. Ihr könnt euch jetzt stundenlang erzählen, wie cool das schmeckt. Am besten kocht ihr das nach. Wirklich, das ist echt total gut. Macht das zu Hause nach unbedingt. Wenn ihr indisches Essen mögt, ihr werdet das lieben. Es ist echt fantastisch. Ich gehe jetzt essen. Leute, keine große Verabschiedung mehr. Viel Spaß beim Nachkochen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss und guten Appetit. Bis dahin.